Das war doch nicht nötig gewesen. Erst küsst du mich im Fahrstuhl und dann tust du so, als wären wir eine Freundin oder sowas? Doch, doch. Ich bin Melko. Und du willst? Sie ist schwanger von mir. Komm, wir gehen in eine Bar. Wollt ihr mitkommen? Ich kauf dir das alles nicht ab. Und vor allem hätte doch bestimmt jemand schon dein Portemonnaie geklaut. Und du musst auch erst mal wieder in den gleichen Zug kommen. Weil es letzte Nacht so warm war. Willst du einen Papagei sehen? Das weißt du ganz genau. Wir haben dir auf dem Weg hierher tausendmal erklärt, dass man nicht Sex sagt. Der Fahrstuhl ist kaputt. Äh, nö, sieht nur so aus. Sorry, dass ich dich erwarten lassen. Aber die U-Bahn wurde umgeleitet. Und als ich mit der S-Bahn gefahren bin, habe ich gemerkt, dass ich meine Geldbörse und die U-Bahn vergessen habe. Und dann bin ich zurück dahin, als ich da war. Aber kannst du ihr von mir sagen, dass es mir leid tut und dass ich sie liebe? gellig... So... Mom! Dad, waren sie genackt? Ja! Bis zum nächsten Mal.